Der Truck der NPD Doch schon vor der Ankunft des Wahlkampfmobils sagte ein breites demokratisches Bündnis dem braunen Ungeist den Kampf an. Es ist wichtig, dass heute so viele Leute gekommen sind, um hier gegen die NPD zu demonstrieren. Sehr wichtig, auch im Besonderen, dass in Gera die Leute aktiv sind und nicht nur, wenn es darum geht, gegen Rock für Deutschland Stellung zu beziehen, sondern auch bei allen anderen Veranstaltungen. Wir sind heute hier, weil wir Flagge zeigen müssen, unseren Standpunkt Zivilcourage zeigen. Wenn die NPD hier aufmarschiert, müssen wir eindeutig zeigen, dass sie hier unerwünscht sind, dass wir nicht nur versuchen mit gerichtlichen Mitteln dagegen anzugehen, sondern dass wir hier sind und zeigen, wir wollen die NPD nicht in Gera haben. Ich bin hier, um Gesicht zu zeigen gegen diesen NPD-Sommeraufmarsch, um zu zeigen, wir sind für ein buntes, ein weltoffenes, ein tolerantes Gera, für ein weltoffenes, tolerantes Thüringen. Und wir brauchen keine braune Soße hier in dieser Stadt und deswegen bin ich hier, das zu zeigen. Da es in der Landeshauptstadt Erfurt schon blockiert wurde, fuhr das NPD-Mobil mit einiger Verspätung in die Gera-Innenstadt ein. Auf die gut 2000 Gegendemonstranten, die sich bei Rock für Deutschland den Rechten entgegenstellten, kam man zwar diesmal nicht, aber mit einer Sitzblockade schaffte man es trotzdem, dem NPD-Trakt den Zugang zum Marktplatz zu verwehren. Die Rechten planten kurzerhand um und bauten sich am Johannesplatz auf. Für eine Handvoll Anhänger gab es dann eine Rede von NPD-Bundesschatzmeister Andreas Storn. Doch seine Worte, mit denen er die Europapolitik der Bundesregierung angriff, ging im Lärm der zahlreichen Gegendemonstranten unter. Auch die Ansprache vom stellvertretenden NPD-Parteivorsitzenden Udo Pastürs wurde übertönt. Die Bürger der Stadt Gera setzten an diesem späten Montagnachmittag erneut ein Zeichen gegen rechtsradikales Gedankengut und für Toleranz und Weltoffenheit. Mit ihrer Deutschland-Tour reist die NPD am Dienstag nach Leipzig und Halle. Und auch dort werden sie sicher mit einigen Gegenwind zu rechnen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017